ich habe keine ahnung wie es geht ich habe nie gemacht das erste fall in die folge nenne ich mein falsch ne ja ich sehe es ist eine frage dazu wenn man auf uns schießt nee du kriegst aber schaden wenn du getroffen wirst und mann ich also ja geht die ich renne hinterher ich renne hinterher ich weiß wie es geht du machst du machst die wächse aufs schwert ich geh hinten rum alter 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 hallo bis er da hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir team ist heute dabei der gerade irgendwie auf karl ist keine ahnung er steht hier gerade so rum und architekt jonas wo auch immer da ist hallo 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 angefangen nicht das mal so hallo jetzt willkommen zu einer neuen folge von mark of bad wars dabei ist der mark und der jonas er hat fast ein ein und ja ich bin das verschwäßt aber egal Prozent in den Prozent auf die der Mikrofon abgedreht und dann brauchst du so lange um das wieder aufzubringen er ist es denn du musst den ganzen regler hochdrehen also das ist aber ein nicht einmal mit spüren vor allem jetzt geht einfach runtergedrehten der Systemsteuerung aber er muss aus dem nur so war anstrengend ist aber jetzt sind die neu starten ja ein gehalten doch nicht Oblöcke fehlen mir noch er kommt na easy noch nicht hier kommt nicht mehr wo sei unser Bett wenn ich fragen darf der Ben in Sonderkontrolle in Sonderkontrolle wie soll man da hinkommen links jetzt von mir muss man sich hochbauen ja hey wie soll man da hochkommen geh mal da weg na einfach da im Block hinsetzen genau super jetzt ein Glückwunsch haben wir auch schon mal geübt ne ich hab ein Gold wo ist das Eisen ist gar kein Gold so da ist es haben sogar äh haben wir schon äh äh Eisen ja haben wir wo gibt's denn wo es eins von in der Mitte in der Gondel okay keinen Bock dahin zu laufen ich bin vor der Mitte ja hier hier wird irgendwer geschlagen ja ich hab ihn runtergehauen ich hab ihn nicht runtergehauen die Nepp hat ihn runtergehauen läuft bei dir ich gehe jetzt das Ding sooo was macht der da halt stopp was machst du da vielleicht braucht er irgendwas oben lassen mal wir sind doch hier einer nicht dass der hat ein Bett abbauen will er macht ein bisschen viel da was geht denn mit dem ab der baut das ab und baut seine Jahre wieder hin läuft bei dem oh ich hab zwei Gold äh Eisen ja du hast es gibt es ja ganz oben gibt so oben irgendwo einen Goldspawner oder was ist so hoch warum ich wo er ganz leise weil was weiß kann alles klar gibt gibt es da oben geheimen Goldspawner wäre doch geil leider nicht ne leider nicht aber nicht nicht ne leider nicht ne leider nicht aber man kann nur halt schon oben dann rüber bauen das machen immer ziemlich viele außer wie ihr ach ja naja ein weißer nicht aus kacke ich hab wieder vier Eisen brauche ich aber nicht hi hi heute kann ich mal weiter hoch aber ich bin so blöd ich hab keine Blöcke mein Freund komm 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 wo ist wo ist wo ist ein Gold und ich bin da und 2 Gold bin ich da 3 Gold bei den bom 4 Gold 4 Gold 4 Gold 4 Gold 4 Gold ich komm nach Hause ich komm nach Hause Danke das wird unsere zu Hause Marc, 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 Marc macht keinen Bogen macht eh zwei macht zwei äh verschillung falscher es hat sich jetzt sehr schädeln in dir ein und ich nehme ein weil du auf dem er muss aber auch vor allen gehen nimmst nicht Prozent auf oder wird er ist nicht auf wo bist du nicht mehr ich meine du wo bist du ich bin da am hochgehend das Ding sind so ein Weg hinten ist ein Weg aber man sich über das geht mal mit falschen runter ich weiß nicht wo du bist auch Marc ich kenne mich nicht und ich stehe es unter unserem Bett und unter und auch hier dann bist du halt hier und dann geht's hier lang und da hoch davon daraus muss ich rüber und dann die wir erst mal falsch hier danke wie benutzt man den eigentlich rechtlich aber kann man nur einmal benutzen ich irgendwo ein paar auf der Kämmer die Läden und ich muss gehen alles blick echt beim Bord der Hauptpapapa so ich habe mir was zu essen geholt und ich komme jetzt warte jemand bevor ihr die Landhaus du musst hier hin das ist gut wer ist das so hey ich sehe nichts Leute hier und jetzt dann gehst du hier hoch dann gehst du hier hoch dann wechselst du hier drauf hey hey Jonas Jonas wohin siehst du doch hey nie dann einmal um die Kurve hey hey ich hab's die Posten so hoch erst und jetzt und jetzt hier weiter hoch dann bist du oben drauf da brauchen sich rüber jetzt so schlicht so rot und so wir greifen ins Rot an haben wir gesagt da geht man dann im Verschirm runter wo ist ein rot da hinten ist rot Angriff von oben ja mach du mal ich hab einen Fallschirm und egal ich hab auch einen Fallschirm ich geh jetzt erstmal hier hinter euch richtig auf die Sachen das ist mit mir Jonas hol dir einen kauft dir einen wie viel Ding ist das zu wie viel Glocke ich hab noch 26 ähm noch 30 ich hab noch 6 ich hab noch ein Stick na gut dann haben wir genug auf jeden Fall wir können jetzt rüber eigentlich oder reicht das ich zähl von 10 rüber Marc lieber nicht ich zähl von 10 runter ja und vor allem die gucken nicht die wissen nicht dass wir da sind 10 9 8 7 6 7 4 3 2 1 komm zurück komm zurück nimm die hier okay bleib 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 ich geb dir deine ich geb meinen auch noch ich geb dir deine ich geb dir deine sagste ich geb dir deine ja reicht jetzt nicht so weit nach rechts sonst kommen wir da nicht mehr rüber oder wo willst du hin wie es einfach aussieht drei leute hier rücken vor ob du oben drauf möchtest von dem so jetzt könnte mag ich mir oder nicht müssen wir äh gedrückt gedrückt halten den Fallschirm oder einfach kurz drauf mag ich mich ich will mir nur weiter nach der Hand halten und am rechten du springst ich hab keine ahnung wie das geht ich hab noch nie gemacht das erste Fallschirm die Folge nenne ich mein Falsschirm ne äh äh Falsschirm oh ihr wird schon abgeschossen ja ich sehs ich sehs wenn man auf eine Frage geht zu wenn man auf uns schießt ne du kriegst aber Schaden wenn du getroffen wirst gut mal nicht geht's also es gibt noch sein ja geh 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 ich renne dir her ich renne dir her ich weiß ich weiß nicht wie es geht du machst du machst du machst ich wechsle aus Schwert ich geh hinten rum alter 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 nein ich bin genauso wild gestorben wie jeder andere Mensch hier scheiße ich sterbe nein du schiebst nicht ich hab mich hin ich hab ihn ich hab ihn kriegst du sie alle ein ja jetzt hab ich keine Blöcke mehr mach hin da ja ich baue mich schon hoch nein es ist einer bei uns es ist einer bei uns hilfe 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 hab ihn hast du das Bett kollege hör doch mal auf hier rum zu bauen du bist jetzt tot sag ich dir scheiße den tod ich bin gleich auch tot weil ich hier nicht mehr weiterkomme er ist auch tot alles klar easy ach darum ist er nicht geschossen weil ich mit dem rückschuss stark beschlagen hab ich hab keine blöcke wie soll ich keine blöcke dabei wo einer von hinten einfach mit einem bogen alles klar ganz ruhig gold sammeln und das gleich nochmal machen wir sind wieder wir haben immer noch alles klar wir haben immer noch alles alles vor allem guck mal was auch wenn du gleich dahin gehst ne ja du brauchst einfach hier um drauf zu stehen wo wo bist du ja den block abzubauen der darüber und dann kannst du schräg durchgucken weil sie doch so eine kleine etappe steht das ist schräg durchgucken ganz ab und du hast jetzt zwei blöcke abzubauen alles klar alles klar alles klar ich hole mir erstmal wieder ich brauche ein bisschen eisen erstmal was war das denn wer hat da die scheiße Lücke abgebaut einfach das ist mir eben auch passiert oh was ist das denn wirklich Lücke ist das denn nein ist egal weil er jetzt in drei leuten wollen eisen haben soll jetzt sein ernst du hast noch genug durch die solche schon seit drei Stunden bei altmarkt bei einem Job kommt vier dinger runter ne weil er steht an dieser Seite drei stunden hätte zumindest schon acht Prozent eisen Dankeschön bei einer Seite noch eine Runde Gold ich komme hier loslegen eine Runde Gold eine Runde Gold alle weg man hat aber gar nichts mehr ich hätte jetzt nochmal Gold für drei Fallschirme für drei ja gut dann hau ab dann ja genau die muss gerade weg dann warten wir noch kurz Dankeschön Dankeschön ich wollte mir noch kurz eine Brustplatte und ein Schwert so Brustplatte Schwert das habe ich das habe ich das habe ich das habe ich meine Damen und Herren also wir haben drei Prozent Oh ich habe Fallschirme Fallschirme genau und wir können wieder hoch eigentlich oder ja hat doch eine Spitzschwerte ich habe ich habe eine Steine ich habe eine Steinspitzschwerte hat noch jemand ähm ich habe eine Eisenspitzschwerte ach so sehr gut ich gehe hoch ne okay warte wenn ihr abwärt wartet wartet ihr gut abwärten könntet dann ich kann nicht abwärtig kein Eisen nur sowas ja weil ich habe auch keinen Eisen Nummer zu 10 für ich gehe hoch ne ich weiß noch nicht mehr wo hoch wo geht's denn hoch geht's hier hoch ich weiß nicht mehr wo es hoch geht gut da warst du es bitte kurz eh lol upsala es kommt welche es kommt ein gründer und ein gelber war negativ oder was pass auf nicht dass du den Fallschirm verlierst naja ich bin dabei wow die haben einen Bogen ich bin ja ich geh zurück ich geh zurück ich geh zurück immer wo bist du am shop alter jetzt reicht doch immer mal ja was zum mittel was ist das hier denn was ist das Jonas was denn hinter dir das ist eine Gondel das ist eine Gondel von oben rot wie von oben von oben von oben rot von oben rot ich sehe es ne ist Untergang ne doch nicht das ist was ist rot wir müssen hoch waren wir ganz lange da von der Mitte aus ja genau das das war das waren wir nicht das waren wir nicht ich weiß nicht wie ich hier weiter geht ich weiß nicht wie ich hier weiter geht ich weiß nicht wie ich hier weiter geht hey Jonas bis zu sich weg einfach hier ist aber niemand hast du ihn hast du ihn ein Geld und zum Goldfuhren der Eidensbohrstellung wo Eisen und sie erinnern die Leiter 12 Euro ganz oben geht zurück geht zurück geht zurück geht zurück Timo ne ich habe mir geholfen bestes Ding und das ist was vier noch ich muss ihnen noch zweifel Dinger noch ein komm noch rein 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 okay ich bin soweit ich könnte mit euch wo sind denn jetzt rote hier sind keine roten hier sind keine roten nein das ist ein Lillander der ist bei uns also ich bin oben ja so und noch das ist nein hier ich habe auch noch mal Eisen was ist ich 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 habe mir Städte 1 gekauft nicht Level 3 wie viel Eisen brauchst du noch 1 ich habe hier kommt der 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 ich stehe bei dir ich nehme noch mal mehr weil ich hier dann liegt was danke gut ähm ja ja können wir haben warte und das ist schwer ich weiß nicht was der Endergundel macht aber egal der Spitzake Level 2 gut ich bin der Leonas und ich bin jetzt ganz auch unter euch ach hier lang geht's schreibt mir immer dass ich Geld ablenken sollen ja ich kann noch nicht rennen bei ihm hinterher man muss jetzt gucken was lang geht hier lang nach hier hoch wahrscheinlich hey wo hoch ich bin oben haha ich bin da ich komme und zeigt ihn hier ich hab mich schon wieder verlaufen ah hier alles gleich mit oben wie viel Böcke habt ihr nochmal so zu Info 12 ähm eins agreken 47 die immer die sieben vierzig mit einmal aber ich habe noch zwölf dann schätzt so jetzt ja rot Prozent alles klar wir gehen zu gelten ja ja ich bin auf dem Weg er gibt mal deinen Fallschirm falls so unterfällst Prozent der Fallschirm jonas der Fallschirm jonas als unterfällst er aber die gibt es mir bevor du abspringt ne ne ich bin mit beiden ab Leute ich hasse dich Jonas sowas von die Leute hier ist entgegen ich will es und höllend Schreck von Geld von von Geld ist sicher kein ihr könnt sie von ihnen und die 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 bauen die bauen sich die bauen ich meine irgendwer greift der Gelb an wir können hier wir können so leicht angreifen weil die werden dort voll genutzt du kennt ihn noch nicht eigentlich brauchen wir gar keine falsche mehr wir können uns einfach zum Karosser überworn dann kommt man eh leicht darunter falsch hier bist du geile Action ja auf jeden Fall aber man kann mal ja jetzt und ja wenn ich eben gar nicht so äh noch näher herangebotete werden wir abgekackt ne weil ich bin ich über richtig knapp aufgekommen jetzt habe ich gar keine Blöcke mehr Timos noch Blöcke ja das sehe ich ich brauche noch ein paar Blöcke reicht 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 ihr kriegt mir die dann erst Blöcke wieder an das reicht nicht wir kommen nicht an das reicht locker das reicht nicht ich wollte ja Jo wahrscheinlich gib mal bitte mal ein Fallschirm ich geh runter zu uns ja hier lass mal runter zu uns springen ne ne das bringt eh nichts mehr ich geh zu Geld ja ja okay dann wir schaffen das nicht wir haben nicht genügend Blöcke ich habe genügend wie viele haben wir jetzt ich habe noch 20 das reicht wir können wir runterspringen ja gut dann los warte ja ich bin schon bemerkt scheiß drauf haben sie noch nicht runter 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 ich habe auf Spielzucker gewechselt ich bin auf dem Riesenrad ich auch ja okay ich habe aber volles Leben hast du noch volles Leben guck mal noch ein noch eine genau ein hoch ein hoch ein hoch Alter ich komme ja nicht hoch ey ernsthaft und jetzt jetzt nee nicht von da so ein drückendrund hättest los mach einfach hoch ist ein Borsteller ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe es Achtung mag nicht rein auf nicht rein laufen von hinten von hinten von noch 5 gelbe 5 gelbe ja ja ich bin dabei kommt leider kommt leider Leute ich sehe ich sehe noch irgendwer alter 4442 steht es gerade 44420 ich habe zugebaut alles klar ich finde es mal alleine allein allein in der falschen bergst also mein Stahl sieht so aus sie hat die beste Rüstung ich nicht ich nicht hat noch ich auch nicht ich habe gar nichts außer Eisenschwert ich habe ich habe alles low außer das schwert doch alles low alles das schlechteste außer Spitze Level 2 ich habe auch Level 2 der nächste alles erst was für die Schmerzen beruht ich sehe ich sehe ich komme gerade ich wollte Gott helfen falls du hilfe brauchst aber also ich habe hier noch 10 Reisen ja äh du gib mir ja ich brauche ganz viel was hier wo wo sind meine Einzelnen Ruh Schatten von oben von oben von oben von oben von oben von oben ich bin ich bin drin ich kochen gerade ganz schnell beste Schwert und ich brauche ich bin aber ich bin aber ich bin aber ich kann mich immer wo das der boschbemmer ja das ist ja doch das weiß ich auch nicht alles wird das eisenschwert ja ich bin da und jonas wie viel leben hat er noch ich bin da er hat aber nur zwei herzen ist 22 steht gerade alter ist der wasser ich mich gerade erschrocken alter leute ja ich bin draußen ich bin draußen das team auch ja muss ich das jetzt alleine rock und und du hast noch einen teampartner und ich weiß nicht wo in der bach der idiot alter wo ist er gerade der ist gerade in unserer base und chillt einfach wir sind einfach in unserer base und chillt in der mitte ist der gelbe in der mitte ist der gelbe da das hat der reisenschwert ja egal ich konnte eh nichts machen die leute er will 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 denn er muss man sich immer die beste Prozent aber es war eine tolle Runde erinnern sie scheuert und ich kann man machen er macht jetzt gleich gut er sagt nicht ne ich will es nicht mehr like, mach du jetzt ok, find ich gut also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein like da und schaut doch mal bei Timo vorbei auf gar keinen Fall bei Jonas, weil der macht gar nichts tut mir leid, das geht einfach nicht mit meinem Internet das Suchladen geht nicht also schaut doch mal bei Timo vorbei in der Beschreibung verlinkt wie immer und ja das heißt bis zur nächsten Folge haut rein und tschüss 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 besiegten da ich hab keine Ahnung wie laut was du gerade alt wär ich ja du tschüss schreist die Runde ich hab aber immer tschüss gesagt k keine Morgung bin ich alle hässlich weh, dass die Runde aus? ich will wissen wie die Runde ausgeht ne verloren du bist schon auf kannte Riesen was macht ihr er hat er hat gewonnen die grüne kümmern weil er geläftet hat er beschuldet mich mit hacks hast du gesehen ja wieso wieso was aufgenommen mag kann sich verteidigen dass eine aufnahme ich hätte doch nie wo ist dann heck mark was lauf daran kann sich verteidigen mann älter er beschuldet mich von hexen in sichtfeld spielt hier normal normal auch ich habe okay also einmal gespielt aber jetzt spiele ich trägt also hier ja ich spiel auch 30 also der linie kommt nur wo pvp laser google hex hat er gesagt dass die hecke keine ahnung wieso auf jeden fall hat grün gewonnen und du krieg post aber richtig scheiß für eine aufnahme warum